Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Rudolf Diesel, Der Motor Zum Prolog Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen und pflegen, weil sie heute wenig bekannt ist. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Begabte und fleißige Männer und Frauen unseres Volkes haben viel zum Weltkulturerbe beigetragen und uns allen geholfen. Ich habe einige vorbildhafte Persönlichkeiten herausgegriffen aus den Naturwissenschaften und der Technik in alphabetischer Reihenfolge. Ihre Biografie, Ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Ich möchte auch Wissen über Naturwissenschaften und Technik ein wenig näher bringen. Dr. Hans-Jürgen Alexey Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht zur Dokumentation und zum Nachlesen. Ich habe 63 Personen ausgewählt und alphabetisch geordnet von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Rudolf Diesel Der Motor Zunächst zur Biografie Rudolf Diesel wurde am 18. März 1858 in Paris geboren. Er wurde zuletzt am 29. September 1913 mit 55 Jahren auf dem Fährschiff Dresden im Ärmelkanal bei der Überfahrt nach England lebend gesehen. Vier Wochen später wurde er von einem holländischen Schiff im Wasser treibend tot aufgefunden. Die Ursache ist nicht vollständig geklärt. Man geht von einem Suizid aus. Rudolf Diesel war das zweite Kind des Buchbinders und Lederwarenherstellers Theodor Diesel aus Augsburg, der nach Paris gezogen war. Dort lernte er seine Frau Elise, eine geborene Strobel aus Nürnberg, kennen, die in Paris Hausdame war. Die Jugend verbrachte Rudolf Diesel in Paris. Die Familie wurde bei Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges 1870 nach England ausgewiesen. Ende 1870 ging er alleine nach Augsburg zurück zu einem Onkel, der Lehrer an einer Kreisgewerbeschule war. Dieser nahm ihn für fünf Jahre als Pflegekind auf. Die Gewerbeschule stoß er 1873 als bester ab. Nach Besuch der Industrie-Schule Augsburg bis 1875 studierte er Maschinenbau an der TU München von 1875 bis 1880 erneut mit einem Abschluss als bester. Dort lernte er Professor Karl Linde 1842 bis 1934 kennen, auf den die heutigen Kühlschränke mit ihrer Technik zurückgehen. 1880 ging er als Volontär zum Aufbau der Lindischen Eisfabrik nach Paris. Er wurde dort nach einem Jahr Direktor und meldete auch sein erstes Patent an. Rudolf Diesel heiratete 1883 Martha Flasche, mit der er drei Kinder hatte. 1890 nahm er das Angebot einer Anstellung von Karl Linde in Berlin an. 1893 erhielt er zwei Patente auf eine neue rationelle Wärmekraftmaschine, die sein Grundprinzip aber noch nicht den endgültigen Motor beschreibt. Er baute dabei auf Vorarbeiten auf von Sadi Karnot aus Frankreich und Herbert Stewart aus England. Als Kraftstoffe ungeeignet erwiesen sich Petroleum und Benzin. Ein spezieller Dieselkraftstoff mit leicht entflammenbaren Kohlenwasserstoffen wurde entwickelt. Bereits Rudolf Diesel experimentierte auch mit Pflanzenölen. Nach vielen Rückschlägen entwickelte er in Augsburg mit Hilfe der dortigen Maschinenfabrik, heute MAN, und mit Finanzhilfe von Friedrich Krupp den Motor, der 1894 zum ersten Mal lief. Dieser, später nach ihm benannte Motor, hatte einen Wirkungsgrad von 26% und wurde ab 1898 in Augsburg in Serie gebaut. In den USA und in der Schweiz begannen Konkurrenzmotoren zu laufen. Durch Patentstreitigkeiten wurde seine Gesundheit strapaziert. Auf der Pariser Weltausstellung 1900 gewann der Dieselmotor aber einen Grand Prix. Rudolf Diesel baute ab 1900 in Österreich, in Leobersdorf, die dortige Dieselproduktion auf. 1903 wurden die ersten Schiffe mit Dieselmotoren ausgerüstet. 1910 auch das erste Hochseeschiff, die Fram, die berühmt wurde durch Roald Amundsens Südpolexpedition. 1912 folgte das erste Motorfrachtschiff mit einem Dieselmotor. Und 1912 lief auch die erste Diesel-Lokomotive, die für die Schweiz entwickelt wurde. Neben zermürbenden Patentstreitigkeiten kamen wirtschaftliche Probleme hinzu. 1911 wurde die Augsburger Dieselmotorenfabrik aufgelöst. 1903 beschäftigte sich Diesel auch mit sozialen und gesellschaftlichen Fragen und entwickelte eine Theorie, die er Solidarismus nannte. Am 29. September 1913 ging er an Bord des Fährschiffes Dresden nach England, anscheinend in guter Stimmung. In der Nacht verschwand er und vier Wochen später wurde sein Leichnam im Wassertreiben von einem holländischen Boot aufgefunden. Hier im Bild die vier Arbeitstakte eines Viertakt-Dieselmotors. Die Besonderheit ist eben, dass es durch die hohe Verdichtung und die hohe Temperatur zur Selbstentzündung des Kraftstoff-Luft-Gemisches im Takt 3 kommt, ohne eine externe Zündhilfe, ohne eine Zündkerze. Zum Werk von Rudolf Diesel und zu seiner Wirkung Der Motor von Rudolf Diesel ist ein Verbrennungsmotor. Es ist ein hochverdichtender Verbrennungsmotor mit Selbstzündung. Es gibt ihn sowohl als Zweitaktmotor als auch als Viertakt-Hubkolbenmotor. Kennzeichnend sind eine hohe Verdichtung von 1 zu 16 bis 1 zu 24 und dadurch eine hohe Kompressionswärme, die auch ohne Zündkerze zur Selbstentzündung des Luft-Kraftstoff-Gemisches führt. Eine Einspritzpumpe ist notwendig. Zur weiteren Entwicklung nach Diesels Tod Nach seinem Tod fuhren die U-Boote im Ersten Weltkrieg mit Dieselmotoren. Hier ein Blick in einen solchen Maschinenraum mit den zuverlässigen Dieselmaschinen, beobachtet von Matrosen der kaiserlichen Marine. 1923 fuhr der erste Diesel-Lkw. Es wurden zwar bereits 1908 die ersten kleinen Dieselmotoren gebaut. Die ersten Diesel-Pkw gingen allerdings erst 1936 in Serie. Hier eine Generation und deprimierenderweise auch einen Krieg weiter. Ein Blick in den Dieselraum von U-995 1943. Das Schiff dient heute als Museumsschiff in Kiel-la-Boe. Im Zweiten Weltkrieg fuhren fast alle Panzer mit Dieselmotoren, weil sie zuverlässiger und weniger feueranfällig waren. Heute benutzen fast alle Schiffe die großen Dieselmotoren. So sieht ein moderner Dieselmotor aus mit 8 Zylindern und hoher Leistung. Weiteres zum Werk von Rudolf Diesel, seiner Wirkung und den Besonderheiten des Dieselmotors. Dieselmotoren entwickeln hohe Temperaturen von 700 bis 900 Grad. Sie sind wirtschaftlicher als vergleichbare Verbrennungsmotoren von Nikolaus Otto. Sie haben einen höheren Wirkungsgrad von etwa 45 bis 55 Prozent und sie sind haltbarer. Sie sind lauter und sie sind schwerer, da sie höhere Kompressionsdrücke aushalten müssen. Daher kommen sie weniger zum Einsatz in Gebieten, wo Gewicht eingespart werden muss, wie zum Beispiel in Flugzeugen. Sie entwickeln weniger CO2-Abgase, aber mehr Stickstoffoxide als Abgas und auch mehr Partikel, also mehr Ruß als Kondensationskeime für Feinstaub. Es bedarf also einer aufwendigen Abgasnachbehandlung. Noch eine Anmerkung zum Treibstoff. Dieselmotoren sind Vielstoffmotoren, die nicht nur Dieselkraftstoffe vertragen, sondern zum Beispiel auch mit Schweröl, aber auch mit Pflanzenölen betrieben werden können. Rudolf Diesels Motor von 1900 lief bereits mit Erdnussöl. Dieselkraftstoffe sind weniger gefährlich, da sie langsamer verdampfen. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Dieses bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi Schlagger Applaus Uma